. . . . . Okay. Das ist schon alles. Den Trink habe ich mir aber überlegt. Ja, ich fahre Fett drauf. Jetzt brauche ich einen Charin bei den Fugersträgen. Okay, ich habe sie nicht. Okay, jetzt fängt das nächste an. Letzterer, wenn ihr dich in den Wurt fallen, kannst du fast drüber rollen. Okay, halt. Das ist nicht für euch. Das ist zu heftig hier. Nein, aber jetzt keine Ahnung. Ja, ja, ich bin. Hehehe, jetzt kann ich ihm auch noch kurz. In der Früh ist der Früh. Und jetzt kommt den Frühstück. Vielen Dank.